Ich rede. Ich rede jetzt, Sarah. Schrei mich nicht an. Sarah ist auserzählend. Halt doch endlich mal die Klappe. Ich glaube nicht, dass es dem Zuschauer gefällt, was es ist. Was macht sie für Geld? Wir haben auch noch was für euch. Die Krücke, du. Du stehst aktuell nicht gut im Format da. Nur wie du rausgehen willst für Family und Kind. Das ist Manipulation. Und? Wir sind ja in einer Reality-TV-Show und ich fand dich doch nicht unterhaltsam. Willkommen zu der richtig spannenden Folge 4 von Kampf der Reality-Stars 2023. Guten Morgen, liebe Sonnen, seid ihr alle schon gelaubt? Boah, mach's doch weg, Alter, ey. Sind alle da? Hey, Agro-Braut, halt den Mund. Das Klo war komplett vollgeschissen. Ich kann nicht draufgehen auf so ein Klo. Die Toilette hat eben gerade ausgesehen wie in einer Bahnhofskneipe. Das ist ekelhaft. Das Loch des Grauens. Das Loch des Grauens ist übrigens auch der inoffizielle Name für das Haus von Bastian J. Das ist wirklich eine Grotte, eine schwarze Grotte, kann man ja sagen. Äh, wie widerlich. Also ich brauch nicht früh zum Wecken die Bremsspuren von egal wem. Da kommt die Diva wieder aus ihm raus. Ich glaube, es hat jeder irgendwie so ein bisschen sich geniert. Matthias ist natürlich auch absolut zu Recht sauer hier wegen dieser dreckigen Toilette. Die einzige Kacke, die hier irgendwo rauskommen darf, ist aus seinem Mund. Also ein Klo mit ausschließlich Bremsspuren oder wie es im Elbschlosskeller heißt. Endlich waren die Reinigungskräfte da. Das ist eine Katastrophe. Das ist ja Sinn und Zweck der Sendung. Blöden Promis sollen leiden. Was ist denn jetzt schon wieder? Nee, wegen meinen Haaren. Sie fallen beim Bürsten alle komplett aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's ja überhaupt nicht erst verstanden. Ich war nur wegen meinen Haaren. Äh, ja. Ich hab hier ne Glatze nach sieben Tagen. Das liegt an deinen falschen Pfleger. Pass mal, ich hab richtig Dreadlocks. Wir sind halt Frauen, ne? Wir wollen ja auch hier schön aussehen. Wir müssen ja auch ein bisschen strahlen. Also brauchen wir auch schähe Haare. Ich arbeite mit meinen Haaren. Ich model auch mit meinen Haaren. Ich hab ne weltweite Haarkampagne mit meinen Haaren. Sarahs Haarkampagne ist so exklusiv, dass wirklich noch nie irgendjemand davon gehört hat. Aber gar keine Sorge, ne? Fast ihr auch noch nichts von Sarahs Haarkampagne gehört haben solltet. Tim Sand ist der Manager davon. Und der ist einfach immer noch damit beschäftigt, endlich mal Annemaries Karriere zum Laufen zu bringen. Irgendwie Sarah hat's schon echt schwer. Und zwar wirklich in jeder Sendung, in der sie ist. Erst wollen die Kandidaten nichts mit ihr zu tun haben. Und jetzt gehen auch noch die Billig-Extensions auf Distanz. Tuck, 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 tuck. Und da kommt schon wieder ein neues Häschen angeschwemmt. Das ist Emi, ja? Ja, das ist Emi Russ. Ach, wie gesagt. Hallo! Oh, nee, nicht filmen. Ich hab ja noch stoppeln. Ah, ich hab ja noch so kurz... Oh, nee, das ist aushältlich eurem Scheiß unter den Aktien. Das ist nur Selbstbräuner. Ich bin Emi Russ. Und man kennt mich aus fast allen möglichen Formaten. Das Problem ist, man muss ja hier so ein bisschen Teamplayer sein. Ich bin gar nicht Teamplayer. Ich hasse Menschen. Krawallschachtel-Emi hasst also Menschen. Also natürlich bis auf diejenigen, die ihr jeden Monat 22 Dollar für ihren Onlyfans-Account überweisen. Unsere Emi hat überhaupt gar keinen Bock auf Menschen. Gut, ne? Das hat sie erst mal mit allen gemeinsam, die samstags länger als eine halbe Stunde bei Ikea waren. Hier sind ja Krabben. Hallo! Oh mein Gott, ich kotze. Männer wollen mich immer nur bumschen. Und Frauen sind neidisch auf mich. Emi ist eine Granatenfrau, ein absoluter Hinkocker. Und sie zeigt es auch, sie weiß auch mit ihren Reizen zu spielen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, in drei Worten, wie ich bin, ich bin egoistisch, ich bin scheiße und ich bin faul. Und genau das Gleiche hat auch Boris Becker geantwortet, als die Staatsanwaltschaft ihn gefragt hat, warum er sich nicht selber um seine Steuern gekümmert hat. Ich finde, eines muss man Emi auf jeden Fall lassen, sie neigt nicht zur Schönfärberei. Schönfärberei, oder wie ich es nenne, meiner Mama erklären, was ich hier so mache. Ich frage, wie alt du bist. Was denkst du? Ich schätze mal so mein Alter. So 32. Was? Das war mein erster Impuls. Sie hatte eine ganze Menge Tusche im Gesicht. Ich bin 23. 23? Okay, so jung, krass. Weil du sehr viel Selbstbewusstsein hier reinprescht. Aufgrund dessen hätte ich dein Alter geschätzt. Nicht wegen der Optik. Das ist offensichtlich, dass ich nicht 32 bin. Hm, nee. Er hat versucht, sich aus der Scheiße zu retten, aber es war einfach schon zu spät. Emi hat wirklich Panik, weil jemand ihr tatsächliches Alter erraten hat. Logisch, jetzt nimmt sie sich noch mehr vor, diese 50.000 Euro hier zu gewinnen. Die werden dann direkt in den nächsten Schönheitsstock investiert. Oh, also Daniel probiert hier im Rückwärtsgang wieder aus dieser Nummer herauszukommen. Und das, obwohl er mit 32 gar nicht so falsch liegt. Ist zwar nicht ihr Alter, aber dafür die Anzahl ihrer Schulverweise in der 4. Klasse. Heavy red wine. Wer kommt da? Überall steht privat. Auch das Ding, auch das Ding ist privat. Gummibärchen auch privat. Privat, 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 privat. Ich konnte das Wort privat schon gar nicht mehr lesen. Da kommt so eine Tafel übers Bett. Was soll das denn? Wer ist das? Oh, sowas lieb ich ja schon, gell? Warum haben die mich jetzt nicht nach meinem eigenen Wunsch gefragt? Äh, ich bin VIP. Wer ist jetzt hier noch höher als ich? Warum bauen die da ein komplettes Laufbond? Uff, Usain Bolt. Okay, zwar deuten Alkohol und Gummibärchen darauf hin, aber spätestens seit dem Laufband können wir ausschließen, dass es sich hierbei um Silber von den Hauptbanditos handelt. Guck mal der Piefke. Guck doch mal der Piefke. Der sagt schon genau. Wie so eine Spinne, die drauf wartet, dass eine Fliege ins Netz geht und sie die endlich verspeisen kann. Guck, und das ist das, was ich meine. Was ein Quertreiber. Er weiß ja, dass er eigentlich alle gegen sich hat in der Saala. Da muss der natürlich bei Neuankümmlingen gleich um Gunst betteln. Hä, der winkt ja nicht mal. Der hat keinen Bock, glaube ich. Das ist ja wohl jemand, der richtig arrogant ist. Ich heiße Percival. Man kennt mich von The Voice, von All Together Now, was ein scheiß Show war. Und sowas werde ich nie wieder machen. Und wenn irgendjemand auf meine Füße tritt, then they see the other side. Daniel macht es halt einfach richtig schlau. Nachdem er Emmys richtiges Alter erraten hat, weiß er ganz genau, dass er sich direkt beim nächsten einschleimen muss. So, und wie Percival findet die Sendung All Together Now wirklich nicht gut. Wahrscheinlich würden ihm da auch ein paar zustimmen, wenn auch nur irgendjemand diese Sendung geguckt hätte. Mal gucken, aber durch diesen Diven-Status, den er hier schon bei der Anreise hat, wird er tatsächlich nach diesem Nominierungsschutz einen schwierigeren Stand haben als unser Manni Ludolf beim perfekten Promi-Dinner. Von Emmys? Ich kenne gar kein Gesicht da draußen. Hi. Die haben irgendwelche Shows gemacht, die ich leider nicht gesehen habe. Du warst bei DSDS? Nein, ich war da, wo die echte Sänger war. Ich bin auch ein echter Sänger und war bei DSDS. Ja, dann musst du aussteigen und irgendwo anderes hingehen. Also bei mir ist das ja Fehlanzeige. Mir kann keiner die Show stehlen. Magst du einen Eiskaffee? Keine Ahnung, warum sich jetzt alle so viel interessieren. Ich bin eigentlich viel netter. Ganz großen Respekt. Percival kommt hier in eine Sendung und der schafft es halt einfach mal so innerhalb von 10 Sekunden, sich unbeliebter zu machen als alkoholfreies Bier an einem Drehset von Titschweiger Filmen. Oha, der große Streit, ob DSDS oder The Voice hier die richtigeren Sänger hervorgebracht hat. Leute, aber das ist wirklich wie die Diskussion, ob man lieber zum Zahnarzt von Matthias Manchapane gehen möchte oder doch zum Knick-Knack-Kochkurs von Uschi. Das Ergebnis ist so oder so verstörend. Wasser? Welch kostbare Gut. Darauf möchte hier keiner verzichten. Ja, wir konnten ja jetzt schon nicht duschen, keine Zähne putzen, jetzt soll es wieder losgehen. Ich trockne hier noch ein wie so eine Traube zur Rosine, wenn es so weitergeht. Was heißt das? Ich hab jetzt gar nichts verstanden. Ich krieg kein Wasser mehr. Was? Böse Zungen behaupten, das meine ich sich für diesen einen Augenblick, sich die Zähne nicht putzen zu können, jedes Wochenende vorbereitet. Achso, und ganz wichtig, Emi ist jetzt hier natürlich nicht so entrüstet, weil sie sich nicht die Zähne putzen kann. Ihre Sendezeitstrategie basiert nur darauf, mit jemandem zu zweit zu duschen. Ihr wisst, ich liebe diese Sendung sehr, aber das heutige Spiel, das können wir echt skippen, es war einfach nur die Reise nach Jerusalem und deswegen so mittel. Wir fokussieren uns lieber auf unsere Kernkompetenz. Brahma. Ich würde sagen Dreamteam. Und ich hatte es mir sogar vorher sogar gewünscht. Oh, du wünschst es dir also. No. Daniel, ich hab einen Tumor am Knie. Ich kann es einfach nicht, geht nicht. Das ist zu riskant. Daniel und Sarah sind keine starken Konkurrenten in keinster Weise. Das mit dem Knie von Sarah ist natürlich richtig scheiße und wir drücken die Daumen, dass das alles wieder gut wird. Umso erstaunlicher, dass Sarah wirklich exzellent gelingt. Andere in Diskussion wirklich ständig zwischen die Beine zu gerätschen. Warte, warte, aua! Weg, geht doch, hört auf! Ich bin aufgefallen jetzt, ich kann da nichts für. Wir lagen doch hier schon, ihr seid... Ich bin mit runtergefallen. Ihr könnt doch nicht einfach nachkommen. Das geht doch gar nicht. Bok, 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 bok. Ja, dass Sarah und Daniel gleich ausscheiden, war klar. Also, das entscheidet sich zwischen Julia und Tim und Eva und Paul. Also Menschen, die einfach irgendwie übereinander fallen und bewegungslos auf dem Boden liegen. Das müsste für Daniel durch seine Arbeit im Elbschlosskeller ja ein absoluter Heimvorteil sein. Also hier jemanden mit Kommentaren wirklich zu Weißglut zu bringen. Die ARD ist bei diesen Bildern ganz hellhörig geworden und hat dem Daniel angeboten, den ESC zu kommentieren. So, so viel dazu, weil du immer so eine große Klappe hast, ehrlich. Es entscheidet sich zwischen Themo und Paul. Und dann scheiden die auf. Dann hast du nicht komplett zugehört. Ach, auf einmal dann. Nee, nicht auf einmal. Du hast wohl nur die Hälfte gehört und meckerst schon wieder zu früh. Nein, ich habe sämtliche Formate gemacht und bin auf Platz 1, 2 oder 3 gelandet. Und dann will mir jemand, der von früh bis abends Bier ausschenkt, erzählen, wie es hier funktionieren tut. Sorry, ich kann nicht mehr was. Mein Ziel, ey. Ich kann nicht verlieren, also ich... Nee, ich auch nicht. Ich bin ja auch überhaupt kein Verlierertyp. Ich glaube, du hast mich aber auch sehr schön mitgezogen. Naja, ich habe dich geführt, meinst du? Ja. Ja, Matthias hat vollkommen recht. Er war in der Sendung wirklich immer auf den vorderen Plätzen. Vor allem natürlich bei den Umfragen, wessen Image am meisten gelitten hat. Ey, und so viel Verachtung, wie Matthias für jemanden mit ehrlicher Arbeit hat, hat sonst nur Jorge Gonzalez für Schuhe mit Absätzen unter 15 Zentimetern. Glückwunsch, Eva und Paul. Der Rest hat ein kleines Duschkontingent. Also ich weiß erstens gar nicht, was Kontingent bedeutet. Dementsprechend kann ich mir auch gar nicht vorstellen, was das jetzt für eine Strafe sein soll. Kontingent ist sehr viel Kontinent, also... Damit kann ich mir nicht mal meine A** putzen nach dem Kacken, Mann. Ey, das ist doch gar nichts, Mann. Ey, das verdünstet auch doch hier drin, oder nicht? Oh Gott. Immer wenn ihr das Badezimmer betretet, muss der Ströpsel am Kanister gezogen werden. Sobald dieser Behälter leer ist, ist das Badezimmer für euch gesperrt. Oh, Alter. Ja, und ich hab echt geschwitzt, ey. Also, es gibt jetzt kein Wasser mehr für die meisten Kandidaten. Außer natürlich für Perswell, der macht einfach die Claudia-Ober-Dusche und wäscht sich mit seinem Rotwein. Ey, und vielleicht sollten sie sich einfach nicht so anstellen. Mit der Wassermenge ist die Kelly-Family-Of-Tour locker in der Woche ausgekommen. So wie wir aussehen, kommen wir nicht in die Gala. Wir stinken hier alle in der Sala. Außer die Eva und der Paul. Legt sich einer an, dann gibt's eins aufs Maul. Das ist für mich Spatenmusik und dann hättet ihr auch eine Oper von Puccini reinnehmen können. Du bist so bescheuert, schiebt das. Sarah zeigt ihr einfach wieder ihre absolut fiese Seite, weil es ihr schlecht geht. Mit den Haaren versucht sie jetzt auf die einen runterzuziehen mit diesem Gerape da. Ich könnte ja nie im Leben zwischen zwei Leuten schlafen. Was eine Katastrophe. Denk einfach aus dem Dreier. Also ich würde echt Daniel fragen, ob wir wir tauschen würden. Ich mag dein Wetter aber mehr. Kannst du haben. Ja? Ja. Ich hab's am Anfang gar nicht gecheckt und jetzt hab ich natürlich verstanden, ah, das machen die eigentlich alles, damit ich die nicht nominiere und rausschmeiße. Das war meine Erziehung. Sie hat mich gefragt, ob ich die haben kann und sie ist eine Dame und ja, dann kann sie die haben. Danke. Das ist für eine Granate, schwer da nicht hinzugucken. Jakob von Prominent getrennt, immer an jedem Ort, zu jeder Zeit. Ja, man könnte denken, Daniel steht auf Emmi, aber das war tatsächlich eher als Warnung gedacht. Bei dem ganzen Plastik und Silikon, was Emmi im Körper verbaut hat, da ist unser lieber Daniel einfach nur besorgt, dass sie unter der Sonne hat irgendwann mal explodiert wie eine Granate. Um die Kredibilität unserer Reality-Stars zu ermitteln, hat die Starblitz-Redaktion eine landesweite Umfrage gestartet. Wer hat seinen Promi-Status unverdient erhaschen können? Bei dir sagen die Leute wahrscheinlich, unverdient die Tochter von. Die kann ja gar nichts, aber sie sind fertig. Das ist ja nur der Name. Der 30er, genau. Durch Annemarie. Ja. Ja, ist schon ein kleiner Schlag auf den Kopf. Sarah würde ich neben mich packen auch. Ja, pack mich hin. Obwohl die Wahrheit anders ist. Ich habe schon auf den Oscars, war ich schon auf dem roten Teppich. Ich habe international gearbeitet und ganz vielen weiteren Hollywoodstars, die mich abgefeiert haben, was für mich auch voll krass war. Anna, who cares? Es geht doch nicht darum, was wir schon gemacht haben. Nein, ich wollte mich nur mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich immer irgendwie auf der Blöden. Guck mal, lässt mich nicht ausreden. So, ist egal. Sarah ist auf internationalen Red Carpets zu Hause. Lustig, bis eben wusste ich nicht, dass Esslingen im Ausland liegt und dass das Möbelhaus Oscar bei der Eröffnung einen roten Teppich hat springen lassen. Am meisten haben sich die Hollywoodstars über Sarah amüsiert, als sie bei der polizeilichen Gegenüberstellung wegen Nachstellung am roten Teppich identifiziert und in Gewahrsam genommen wurde. Ich habe Platz vier, ja. Von zwölf. Vier von zwölf, Mann. Ich bin derjenige, der vierte Prominente, denen Sie sagen, der hat seinen Status nicht verdient. Ich kann mich alle am Arsch lecken, Alter. Die erste Platz, muss man sagen, Mewa. Hat mich auch echt getroffen. Es soll mir mal einer nachmachen, das, was ich erlebt habe und dem Stand gehalten habe. Die verlassene Hochschwangere. Ich wirke vielleicht stark, aber ich bin sehr verwundbar. Eva findet es einfach nicht gerecht, dass sie vorn platziert ist. Das ist auch ein bisschen unfair. Schließlich hat sie wirklich alleine und aus komplett eigener Kraft die Exklusivinterviews über das Streamdate mit André organisiert. Und ganz ehrlich, sehr, ganz gewolltes Drama-Schauspiel. Es ist wirklich so billig. Selbst Sarahs absichtlich schlecht verklebte Extensions sind komplett schockiert. Emmi und Percival, ihr habt eine vollgeschwährende Entscheidung zu treffen. Jetzt? Es gibt nichts Besseres, als die Macht zu haben, jemanden rauszuschmeißen. Ein Tablet! Kann ich jetzt Instagram nicht einloggen? Was für ein Fail. Liebe Emmi, lieber Percival, bestimmt einen Star, dem ihr für diese Sendung Safety schenken möchtet niemanden. Es gefällt mir nicht so gut, dass ich jemandem was Gutes tun muss. Bestimmt einen Star, der noch heute Abend die Sala verlassen muss. Scheiße, ne? Ja, ist doch cool. Super. Freu mich. Ja, ich finde das scheiße. Traurig, weil man jemanden in der Show behalten muss und gleichzeitig froh darüber sein, weil man jemanden rausschmeißen kann. Also genauso, wie sich Dieter Bohlen dieses Jahr mit Katja krasser Witze in der DSDS-Jury gefühlt hat. Ey, und Emmi gibt die taffe Kandidatin auch wirklich so gewollt und unglaubwürdig. Sie bekäme damit noch nicht mal ein Praktikum beim Catering von Berlin Tag und Nacht. Praktisch wäre es nicht schlau, Serkan zu safen, weil er ist starke Konkurrenz. Das macht Sinn, ihn zu safen, weil er nett und aber auch keine Konkurrenz ist. Meinst du, damit rausfliegen? Ja. Er bringt keine Sendezeit, also er bringt nichts, er bringt keinen Schwung. Auch eine Produktion kann Fehler machen und aus Versehen solche Menschen hier reinstecken. Aber dafür bin ich auch jetzt hier, um diese wieder rauszuschmeißen. Wir haben beide sehr gute Menschenkenntnisse. Krass, wer hätte das gedacht? Emmi geht total taktisch vor, also hier, wen sie safen mag und wer raus soll. Wenn sie nicht ständig die einfachsten Worte beim Vorlesen falsch aussprechen würde, weil die Produktion hätte sie schon längst wegen Überqualifikation rausgeworfen. Es wird hier streng abgewogen zwischen Stärke der Konkurrenz und natürlich auch Sendezeit. Mal ganz ohne Scheiß, so taktisch, war hier am Reißbrett durchgeplant, hatte Emmi zuletzt ihre Fake-Beziehung mit Udo Bönstrup. Wir müssten tatsächlich irgendjemanden safen und rausschmeißen. Alter Verwalter. Wie krass. So, safe ist Daniel. Triggert mich echt so ein ganz kleines bisschen. Um den anderen einfach zu zeigen, ihr alle habt ein Problem mit denen, ihr wollt ihn raushaben, aber ich bin keine Mitläuferin, eure Meinung ist mir scheißegal. Digga, mich f*** das ab, Mann. Wir sind ja in einer Reality-TV-Show und ich fand dich doch nicht unterhaltsam. Wir haben uns, mich, für... Großen Respekt, Daniel, ist auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. So bleibt einerseits der Sympathieträger, andererseits aber auch der Konfro-Schwerpunkt hier der Sendung. Also einfach eine taktisch gute Wahl oder wie man in Berlin sagt, eine was? Tim entschieden. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich glaube, Reality ist vielleicht einfach nicht so dein Ding. Trotzdem einen Applaus für dich, ja. Erledigen sich manche Dinge einfach von selbst. Die im Betten getauscht ist, das war ja das einzige Kriterium, sorry. Das wirkt nicht so kuf, Alter. Weil die gleiche Leier, was er jetzt abgezogen hat, hat er bei euch auch abgezogen. Er erzählt immer die gleiche Schallplatte, läuft da in einer Tour. Der weiß ganz genau, was er tut einfach. Tim Tonics Urlaub ist also schon vorbei und er muss leider wieder zurück zur Arbeit. Vor dem Telefon warten und darauf zu hoffen, dass irgendein Baumarktverzweifelt genug ist, um Annemarie zu buchen. Na ja, lieber Tim, mach dir bitte nichts aus deinem frühen Ausscheiden. Welches Tier verlässt nochmal als erstes das sinkende Schiff? Eine Ratte. Ich muss doch meine Arbeit machen als Abendbräuch. Schließt du, es gibt manche Sachen, die gibt es und die gibt es nicht. Es ist einfach so, manchmal muss man im Leben einfach mal auch Abspriche machen. Ja, das macht mir halt natürlich Angst. Ich mag den Paul ja und ich stehe auch auf Paul. Oh Gott, niemand soll mich ansprechen oder es auch nur wagen, mich zu stören, auch nur Lärm zu machen. Ich habe scheiße geschlafen. Es war unbeschreiblich. Ich hasse es, jetzt schon hier zu schlafen. Ich hasse euch alle, wir sind nicht auf den Sack, Alter. Ich darf hier noch nicht mehr Hände waschen. Oh Gott, ey, was ist ein scheiß Leben. Schrecklich, abartig, ekelhaft. Yo, also Mannis Mütze müsste dringend mal gewaschen werden, stimmt schon, aber so drastisch würde es wohl keiner sagen. Ja, Emmi hat morgens einfach so gute Laune wie Gloria von Prominent getrennt, wenn sie erfährt, dass ihr Nico vor die Tür gegangen ist, ohne sie zu fragen. Das wollte ich nochmal aufklären mit Hollywood. Also ich war damals bei den Oscars tatsächlich, bin über einen roten Teppich gelaufen. Ich habe zweimal in einem internationalen Film mitgemacht, dieser Chagnado 4 und 5. Es war ein weltweites Casting, also es war jetzt nicht so, ja hier, du bist genommen oder so. Wegen meiner Persönlichkeit habe ich es nach Hollywood geschafft. Warst du einfach so Komparsen? Ja, genau. Also ich habe einen Gastauftritt gehabt. On point. Schade, dass ich nur reduziert auf das eine werde. Ich bin doch mehr als Dschungelcamp. Ach so, was Sarah hier leider nicht erzählt. Zwei Sekunden, nachdem sie den roten Teppich betreten hat, wurde sie von Securities getazert und natürlich direkt wieder hinter die Absperrung gebracht. Ey Leute, Chagnado 4 und 5, die Oscars. Und trotzdem bleibt Sarahs größte TV-Rolle der Streit mit einem Mitglied von Team 5. Absolut nein. Wir sehen uns voll ähnlich, Mann. Ich war beim Tart und eine Leiche. Ich finde es schade, dass ihr jetzt darüber lacht. Ich definiere mich doch nicht darüber, dass ich eine Komparsenrolle in einem Hollywood-Film hatte. Ich bin ganz ehrlich, mich nervt es nur noch. Wenn man immer wieder daran erinnert wird, wie viele Leute einfach wirklich neidisch sind. Krass und jetzt sitzt du hier mit mir an einem Tisch. Wenn ich das Wort Hollywood noch einmal höre, dann raste ich, glaube ich, wirklich komplett aus. Das auf der Liste zu haben von Lebenslauf, finde ich eigentlich schon krass. Finde ich auch geil. Ich glaube, das ist der Traum von uns allen. Von Germany's Next Topmodel nach Hollywood, von dort dann zu den Oscars und jetzt zur Kampf der Reality-Stars. Nur um sich hier Woche für Woche drei Sätze anzuhören, für die Kathi Hummes monatelang geprobt hat. Davon träumt wirklich jeder. Ja und logisch, dass eben auch so ein bisschen neidisch ist. Mit dieser komischen Paul-Beziehungsgeschichte, da qualifiziert sie sich höchstens für die Rolle der verlassenen Zahnarztgattin im ARD-Vorabendprogramm. Dann müssen zwei weitere Stars den holzigen Palast der guten Unterhaltung verlassen. Schon krass, ne? Hast du Bock, Paul? Machen wir. Okay, Team zwei. Oder Paul, wollen wir beide mal zusammenspielen? Ich hab mal echt gedacht, so jetzt reicht's. Also ich finde, das passt gut, weil ich wirklich auch gestern im Spiel verloren habe. Aber dann ist ja wieder ein bisschen unfair. Ja, das ist schon... Komm, dann lass uns das einfach machen. Okay? Ich mach mit Paul. Sätzen, sechs. Ja, willst du... Warum wolltest du eigentlich mit dem Paul spielen? Weil ich das mal spannend finde. Das ist halt nicht Fairplay, das ist wieder egoistisch, das ist nur an mich selber denken. Naja, also was soll Sarah denn bitte machen? Sie hätte natürlich für das Spiel am liebsten ihren guten Freund Tom Cruise angerufen, aber die einstweilige Verfügung ist leider noch zu frisch. Ja, ich hab jetzt Sarah gefragt, warum sie mit dem Paul spielen wollte, weil halt dann zwei starke Köpfe spielen. Ja, ihr denkt auch an euch. Ich rede. Ich rede jetzt, Sarah. Bitte. Schrei mich nicht an, nein. Du machst mir ständig irgendwelche Vorwürfe. Du lässt mich nicht ausreden die ganze Zeit. Julia, sag mir doch mal, wie deine richtige Zusammenstellung gewesen wäre. Nein, möchte ich. Doch, das würde ich jetzt gerne nur mal sehen. Sarah, ich weiß, dass du es gerne hättest, möchte ich aber nicht. Also sag mal, geht's noch. Ich fühle mich wie im Kindergarten. Sarah, es heilt doch endlich mal die Klappe. Sie hier sieht mich als Konkurrenz und will mir jetzt einfach nur ins Bein schießen. Sie würde sich mehr sichern, wenn sie mal zeigen würde, dass sie Teamgeist hat und nicht nur an sich denkt. Deuten wir einfach mal Julias Blick. Es sieht so aus, als wisst ihr Julia Siegel nicht, was sie im Moment mehr verabscheut. Sarah knoppig oder doch Nikotinkaugummis. Ey, und ehrlich gesagt, es ist überhaupt gar kein Wunder, dass RTL 2 für die Bewohner hier das Badezimmer gesperrt hat. Wir haben hier Sarahs Extensions-Ausfall und natürlich die Haare, die die anderen durch das ständige Haare raufen, wegen Sarahs Verhalten verlieren. Da wäre der Abfluss ja wirklich alle 30 Minuten verstopft. Wir können heute tatsächlich auch das Safety-Spiel wirklich im Schnelldurchlauf durchgehen, weil... Langweilig! Ich habe kein gefährliches Halbwissen. Nee, ich habe gar kein Wissen, das ist das Problem. Die Schrummschläge, die waren echt gut. Boah, ihr Assis, Alter. Ah! Drecksding, Verschissnis. Ich weiß, was ein Motherf***er ist, aber kein Muskefuck. Ah! Ah! Okula, Okula, Okula. Okula ist vielleicht einfach der große Bruder von der Ukulele und dann ist es ja wieder ein Objekt. Musikinstrument ist ja auch ein Objekt. Wir haben beide Köpfchen. Aber der Kopf sieht nur gut aus. Die Paare mussten einfach Worte richtig zuordnen, nachdem sie hier den heißen Draht überstanden haben. Unsere Kandidaten haben beim Spiel natürlich wieder alles gegeben, aber leider ist halt alles von nichts immer noch nichts. Sarah und Paul. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt dieses Spiel für euch entschieden. Nur einer von euch kann das Safety erhalten. Uh! Ja, aber jetzt aus Mitleid, oder? Nein! Erstens den Druck, das aus Mitleid machen zu müssen und aus Gentleman. Und ich finde das nicht fair. Wenn Sarah safe ist, ist einer von deinen Leuten raus. Kann ich mal ganz kurz mit Paul alleine sprechen? Wenn ich nicht safe bin, bin ich heute weg. Ich merke halt den Druck von der Gruppe auch, ja? Mhm. Aber vielleicht kann ich dann nochmal eine Chance bekommen, bist du? Fies bist du! Ja! Finde ich mega, dass Amy das hier genauso raushaut und thematisiert. Und jetzt wissen wir auch endlich, wie Sarah die Rolle bei Sharknado bekommen hat. Einfach beim Casting so lange weinen, bis eine der Produzenten Mitleid hatte und sie als Statistin Nummer 134 eingestellt hat. Also das ist schon krass, welchen Druck die Gruppe hier auf die beiden ausübt. Und ich glaube fast das letzte Mal, dass sich Menschen so einig waren, das war beim ESC 2019. I'm sorry. Zero Points. Ich wünschte, ich würde die Chance noch bekommen. Das heißt ja auch Kampf der Reality-Stars. Man möchte doch hierbleiben. Also wenn ich jetzt nicht safe bin, ja? Dann muss ich zwei Leute nominieren. Ja? Und... Du musst doch auch trotzdem, auch wenn du safe bist, zwei Leute nominieren. Ja, ich kann dich aber nicht nominieren, wenn du gesaved bist. Okay. Deshalb würde jemand rausfliegen, den ich natürlich lieber hier drin hab, safen würde als dich. Darf ich einen Satz sagen? Wenn du gut aus dem Format rausgehen willst, überlässt du Paul die Karte. Willst du schlecht aus dem Format rausgehen, nimmst du die Safety. Du stehst aktuell nicht gut im Format da. Ei, ei, ei. Aber es gibt ja auch ein kleines Trostpflaster für Sarah. Niemand hat hier jemals mitgemacht und stand irgendwann bei den Zuschauern gut da. Die Julia. Das war wirklich auch unfassbar. Aber ja, ich wünschte tatsächlich, dass auch bei mir in meinem Leben mal jemand plötzlich von der Seite reinkommt mit einem guten Ratschlag. Dann hätte ich mir garantiert niemals Macarena in der Karaoke bei A Song gewünscht. Nur wie du rausgehen willst für Family und Kind. Ich finde das falsch und auch in so einem Moment völlig unpassend. Diese Manipulation, die weiß, dass ich emotional bin, wenn ich an mein Kind denke und so. Und dann haut die mir noch einen raus. Ich gebe dir den Safety. Dankeschön. Okay? Und den gebe ich dir nicht wegen irgendwelchen Vorteilen. Ich gebe ihn dir, weil ich einfach Frieden mit dir haben möchte. Es ist mir viel lieber, dass Paul die Safety-Karte bekommen hat, als wenn er sie Sarah gegeben hätte. Du musst ja auch ein bisschen an dich denken. Hättest du ihr jetzt diese Safety-Karte geschenkt, dann hättest du ihr auch voll dein Gesicht verloren, weil die hätten gesagt, du kannst deine Meinung gar nicht vertreten. Und mit Gesichtern verlieren kann sich Emmy ja wirklich sehr, sehr gut aus. Seit sie im Fernsehen ist, hat sie ja schon mindestens drei verschiedene. Ja, natürlich macht Sarah das wirklich nur aus Friedensgründen für unseren Paul. Man spürt auf jeden Fall die Präsenz von Emmy. Viel zu lange. Ja, dann mach ich mich mal kurz feucht. Daniel aus. I love it. Komm zum Ende, komm zum Ende, komm zum Ende. Daniel hat sich tatsächlich so ein bisschen in Emmy verguckt. Sie erinnert ihn einfach an die neuen Silikonverfugungen unter den Pissoirs auf dem Herrenklo im Elbschlosskeller. Die sind nämlich inzwischen auch so 32 Jahre alt. Alles klar, jetzt auch noch die beiden. In der Sendung wird mehr gekuppelt als auf saarländischen Familienfeiern. Sarah hat sich freigegeben als Opfer, damit Paul einen von uns allen helfen kann. Also dementsprechend würdest du sie nicht nominieren? Nicht sofort. Sarah ist auserzählt. Hätten sie Sarah haben wollen, wären es zwei Safety-Karten gewesen. Ganz simpel. Dass Sarah hier nicht mehr gekommen ist, das weiß sie, das spürt sie, ist auch eine Tatsache. Sie hat sich geopfert und hat es uns damit sehr viel einfacher gemacht. Ach guck mal, Julia, Eva und Matthias wollen Sarah loswerden und schmieden hier einen Komplott. So, und hab ich das richtig verstanden? Laut Julia ist es eine höhere Bestimmung, dass Sarah hier wirklich aus der Sendung fliegt. Anweisungen von einer übergeordneten Macht erfüllen oder wie es bei Schwiegertochter gesucht heißt, ja, Mutti. Aber ich glaub, dass Manni und ich gehen werden, ne? Ich glaub nicht, dass Manni gehen wird. Eva? Nimmst mich, ne? Wenn das stimmt, was gesagt worden ist. Was dann? Dass du gesagt hast, dass es okay ist. Nee, ich hab nicht gesagt, dass es okay ist. Also merkt ihr was? Die Schlange kommt aus dem Sack. Seht hin, Leute, das ist Manipulation. Und viele ordnen sich da schon einer Person extrem unter. Julia ist ihr in Sachen Strategie und Einflussnahme leider ebenbürtig. Und die macht das gut. Ich weiß genau, wie du meinst. Ja, ich wär gern hier geblieben, das weißt du auch, Matthias. Sarah weinig, sonst muss ich auch gleich wieder anfangen. Ach, guck, ne, Matthias steckt jetzt hier also in einer Zwickmühle. Also entweder er wählt jetzt hier die Sarah nicht und ist damit der Buhmann der Sala. Oder er läuft halt mal wieder einer stärkeren Persönlichkeit hinterher, in diesem Fall Julia, und ist damit der Buhmann der Nation. Die Schlange kommt aus dem Sack. Die Redakteurin vom Bachelor am Ende des Drehtags der Dreamdates. Nur in diesem Jahr nicht. Dafür gibt es aber Cringe Deluxe mit den Muttis. Das verlinke ich euch hier. Guckt auf jeden Fall mal rein. Wir gehen eigentlich wie schicke Zuschauer da rein und gucken, wie die sich da fetzen und sich in die Hosen scheißen. Das genieße ich ja mit meinem kalten, verdorbenen Herzen, das ich habe. Ja, hat sie. Am Ende muss man mit hartem Kampf kämpfen und wenn man eben sich nicht bewährt in die Spiele, muss man mit dem Herztrumpfen. In unserem Redaktionsbüro habt ihr bereits auch hervorragende Arbeit geleistet und ihr habt Tim aus der Saale rausgeworfen. Wenn einfach das Grillen der Zirpe mehr Emotionen hat als die Moderation, dann weiß man, Kati Hummels hat die Bühne betreten. Ach Manni, was auch immer seine Unverständlichkeit auslöst, macht er mit seinem Herzen wieder wett. Ja, wie lange dauert das jetzt, Jana? Du bist optisch wie auch verbal ein absolutes Highlight. Ist es dein Ziel, den anderen so die Show zu stehlen? Ich komme her, um rauszustechen. Sarah, du hast es sogar bis nach Hollywood geschafft. Ich weiß nicht, ich bin geboren, um zu verlieren. Warum nicht geboren, um zu gewinnen? Jeder hat sein Schicksal, ne? Du hast dich heute dazu entschieden, Paul zu safen. Ich bin ein bisschen traurig darüber, weil durch diese Position bin ich der angebissene Löwe, der auf dem Boden liegt. Sarah, komm bitte zu mir nach vorne. Jeder hat zwei Stimmen, es müssen auch zwei gehen. Fun Fact, wenn man Kati Hummels Sprechpausen aus nur einer Folge aneinander reiht, hört man fünf Minuten nichts. Fünf Minuten ohne echten Inhalt oder wie es auch heißt, Sendezeit von Serkan. Geboren, um zu verlieren. Mein Sportlehrer während meines Aufschlags beim Badminton. Ich stehe jetzt hier stark vor euch und zeige euch jetzt mal die starke Sarah, die in Hollywood war. Meine erste Entscheidung bist du, lieber Manni. Julia, ich bin von dir am krassesten enttäuscht. Du suchst quasi immer irgendwelche Fehler in mir, nicht weil ich einen Fehler habe, sondern weil du mich als Konkurrenz siehst. Sarah, meine zweite Münze. Eva, Sarah, Bernie. Lieber Manni, meine zweite Münze, Matthias. Große Erleichterung bei allen, nachdem sich Sarah hier nach der Nominierung wieder gesetzt hat. Also nicht, weil sie Julia und Manni nominiert hat, sondern weil einfach alle Angst hatten, dass sie wieder rappt. Und ja, natürlich, so kennen wir unseren Matthias. Eben noch mit Sarah gefühlvoll mitheulen und jetzt schön das Messer in den Rücken rammen. Noch absichtlicher gelogen wird nur bei dem Satz, dauert noch fünf Minuten. Immer. Daniel. Sarah, ich habe von Anfang an irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass das, was du versuchst zu sein, darzustellen, echt ist. Und ich konnte nichts fühlen. Serkan. Julia. Serkan, Ecken und Kanten habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe noch nicht gesehen, dass du eine eigene Meinung irgendwie wirklich hast. Sarah, du möchtest, dass deine Tochter auf dich stolz ist. Das ist sie auch. Ja, ja. Übrigens, Daniels Wester hier, die besteht aus Stoffresten, die die Besucher im Elbschlosskellerklo vergessen haben. Alles klar, Julia nominiert Serkan, weil er angeblich keine eigene Meinung hat. Dann wissen wir jetzt nach der Folge, wer als nächstes bei ihr auf der Abschussliste steht. Matthias. Dass du mir vorgeworfen hast, save den Paul, weil deine Familie ist und ist alles schlecht für deine Familie. Das hast du heute gemacht. Und da war ich so erschrocken. Du hörst dich halt auch gerne reden, Julia. Ich befürchte, dass du vielleicht nicht so gut hier wegkommst. Ich glaube nicht, dass es dem Zuschauer gefällt, was er sieht. Eine solche Bemerkung steht dir nicht zu. Ich finde, dass es deine Meinung ist. Na gut, also würden die Sender immer nach dem gehen, was die Zuschauer mögen, hätten die Promis hier doch alle richtige Drops. Und ja, für Julia ist die Nominierung von Sarah eine Art Schutz vor schlechtem Ruf. Also halt im Endeffekt Hilfe zur Selbsthilfe. Oder wie die Kostümbildner bei Let's Dance sagen, gebt Massimo bloß ein Hemd, dass er sich nach dem Tanzen nicht vom Leib reißen kann. Serkan. Manni, Julia, ich zeig dir jetzt Ecken und Kanten. Und es gibt zwei, drei Sachen, die mich ein bisschen nerven. Wenn es darum geht, dass man die Julia zeigt, dann zeigst du gerne, ja, die Show Julia. Dieses Unterbrechen und jemandem immer sagen, was er zu tun hat, bevor man und alles, das geht jeden auf den Sack hier. Ja, Sarah, sei du selber, Bernd. Sarah, lieber Manni. Fairerweise muss man auch sagen, dass sie da von Serkan wirklich ein bisschen viel erwartet hat. Serkan zeigt seine rebellische Seite erst ab einer Gage von 4 Euro. Wie die Nominierung hier ausgeht, das war ehrlich gesagt ähnlich erwartbar wie überdurchschnittliche Gewinnsummen beim Promi-Special von Wer wird Millionär? An die Ausgeschiedenen. Wow. Das war schon teilweise grenzwertig, was der ein oder andere gesagt hat. Manni, Alter, ich sauf mir jetzt erstmal ein, ey. Ja. Ich bin verletzt. Ich hab gesagt, ich wünsch mir einfach nur einen würdevollen Abgang. Ich frag mich, warum wir jetzt noch ins Redaktionsbüro sollen. Was soll das alles? Wie viel Geld eurer Gage seid ihr bereit zu opfern? Der Star, der den höchsten Betrag bietet, bekommt eine Sendezeitverlängerung und darf bleiben. Der andere Star muss die Sala verlassen. Alles klar. Einer von beiden darf sich also weitere Sendezeit erkaufen. Die vom RTL 2 lassen einfach überhaupt keine Konfro-Möglichkeit aus. In Sachen Streit haben sie einfach genau das gleiche Motto wie Emi im toten Kamerawinkel bei Temptation Island VIP. Alles mitnehmen, was geht. In der Vorschau hat RTL 2 auch verraten, wer das Ganze hier gewinnt. Ich werd's hier nicht verraten. Wir wollen ja, dass es spannend bleibt. Egal wie die Sache ausgeht, das gibt Konfro und das dürft ihr nicht verpassen. Heißt, auf jeden Fall ein Abo mit Glocke dalassen und ich freu mich sehr, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt. Übrigens, die ganzen Folgen gibt es bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Was sagt ihr zu Saras Aktion gegenüber Paul? Manipulation oder nicht? Freu mich sehr auf eure Kommentare. Falls ihr das nicht gesehen habt, wie Tim Sand auf Eva trifft, ihr müsst euch das angucken. Und hier das Bachelor-Finale mit Drama beim Wiedersehen. Lieben wir. Also, dann sehen wir uns gleich hier.